Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2203 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn es um das Thema Kosmetik geht, dann habe ich einen ganz besonderen künstlerischen Anspruch. Wenn es um das Thema Kosmetik geht, dann habe ich einen ganz besonderen künstlerischen Anspruch. Er hat mir mein Spielzeug weggenommen. Er hat mir mein Spielzeug weggenommen. Diese Schuhe bringen mich um. Ich kann darin nicht laufen. Diese Schuhe bringen mich um. Ich kann darin nicht laufen. Ein junges Mädchen sitzt mit einem Notizbuch auf dem Sofa und macht ein Selfie. Mit Kopfhörern kann ich beliebig laut Musik hören, ohne meine Mitmenschen zu stören. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Es gibt viele Getreidesorten und Produkte, die von Natur aus kein Gluten enthalten. Zum Beispiel Reis, Mais, Buchweizen, Hirse, Amaranth, Quinoa, Tapioca, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Es gibt viele Getreidesorten und Produkte, die von Natur aus kein Gluten enthalten. Zum Beispiel Reis, Mais, Buchweizen, Hirse, Amaranth, Quinoa, Tapioca, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Ich habe diesen Koffer im Wald gefunden. Er ist leer. Ich habe diesen Koffer im Wald gefunden. Er ist leer. Ich habe diesen Koffer im Wald gefunden. Er ist leer. Wir wollen nicht diskutieren. Wir wollen zusammentrainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren. Wir wollen zusammentrainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren. Wir wollen zusammentrainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Bitte stellen Sie einen bunten Blumenstrauß zum Muttertag zusammen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das Softwareproblem ist größer als ich dachte, und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Du bist so erfolgreich in deinem Job. Deshalb bekommst du einen Firmenwagen. Du bist so erfolgreich in deinem Job. Deshalb bekommst du einen Firmenwagen. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Jeden Tag hat einer von uns Nachtdienst. Ich brauche nicht viel, um mich wohlzufühlen. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Ich bin schon auf dem Feld und kümmere mich erst um die Schafe und dann um die Kühe. Ich bin schon auf dem Feld und kümmere mich erst um die Schafe und dann um die Kühe. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Die Katze beobachtet interessiert, wie ich Kaffee einschenke. Die Katze beobachtet interessiert, wie ich Kaffee einschenke. Die Katze beobachtet interessiert, wie ich Kaffee einschenke. Es hat geschneit. Die Straßen werden vom Schnee befreit. Es hat geschneit. Die Straßen werden vom Schnee befreit. Nach meinem Unfall habe ich eine neue Hand bekommen, die mir in meinem Alltag weiterhilft. Nach meinem Unfall habe ich eine neue Hand bekommen, die mir in meinem Alltag weiterhilft. Auch bei hohen Geschwindigkeiten sind Kunststücke auf dem Skateboard für mich kein Problem. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ich beobachte noch eine Hand. Ich fühle mich weiter und dann freue mich weiter.